Wir sind hier an einem Lieblingsplatz von mir, und zwar auf der Hochwacht, oberhalb des schönen Dorf Mammeren, mit einem wunderbaren Blick auf den Untersee bis in die Reichenau Uhe. Hier Uhe komme ich einfach sehr gerne, vor allem nach einem strengen Degustationstag. Da kann ich mich erholen und auch wieder neue Energie tanken. Aber wisst ihr, hier im Thurgau ist es nicht nur schön, sondern was eben auch toll ist, als KMU hast du eine faire Chance, um weiterzukommen. Du wirst auch unterstützt von verschiedenen Organisationen.